Hi Matthias hier. Diesmal ist es ein ganz anderes Video. Es geht um meine Tochter Emily. Und nun sollen die Haare einem wohltätigen Zweck gespendet werden. Nur dass 35 cm Haare abgeschnitten werden, nein, Emily wollte unbedingt ein Kurz-Kurz-Kurz-Kurz-Haarschnitt haben. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Es waren nicht nur positive Stimmen bei diesem Vorhaben. Hier treffen wir einen beim Cuffeur Avantgarde Platte in Kreuztal, so dass der Kurzhaarschnitt auch fachmännisch so geschnitten wird, wie es sein soll. und nicht einfach mit einer Maschine runtergeraspelt. Schauen wir uns das Vorhaben an. Emily, bist du klar? Willst du die Haare kurz haben? Ja, ich will, heißt das. So, reicht? Also du willst schon einen richtigen kurzen Kurz-Kurz-Kurschnitt machen. Ich finde das cool. Ich finde das cool. Da ist aber nicht schlecht. Siehst du, da ist mein Exkursör schon einen Schritt weiter. Ich habe mich jetzt schon dran gewöhnt. Ja, und dann ist das Werk vollbracht. Die Haare sind ab. Emily hat noch am gleichen Tag die Haare in Umschlag getan, zur Post gebracht und abgeschickt. Wie das geht, steht unten in der Videobeschreibung. Dort ist ein Link, wo man sich erkundigen kann, wenn man selbst sowas machen möchte. Ich bin stolz auf Emily' Entscheidung, diese Haare so abzuschneiden und wegzuschicken. Und es sieht noch gut aus. Ich hoffe, euch hat die Gerichterstattung gefallen und ich freue mich über ein Apo und ein Like. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.